hey ho und herzlich willkommen zu tag nummero drei im center pierx gefängnis ups jetzt bin ich einmal zu schnell aufgestanden aber naja egal so dann wollen wir mal schauen was heute der tag uns bringt bei the escapists beinahe vergessen den namen zu sagen boogie und world alle freuen sich so was haben wir denn für quest medizin an pierre schokolade im die armband uhr an world und bett lagen an karl was hat rolando zu verkaufen und was hat ok da gucke ich war immer schokolade das brauchte doch einer md und schon habe ich ein bisschen geld verdient so frühstück die wichtigste mahlzeit des tages zudem kann man hier noch vielleicht noch ein paar gabeln abstauben ja man kann darüber gehüpfen jetzt habe ich ihn verpackt jetzt ist marshall leicht verpackt ein moment bitte so da bin ich wieder ich habe nur mal die ganzen anzeigen ausgesteht vergesse ich immer so wenn hofgang ist nein ich will kein werter ablenken es ist freizeit deswegen kann ich auch hier bleiben so jetzt warte ich kurz bis die werte weg sind ja zahnseide feuerzeug dings war ja naja der hat nun feuerzeug soll der der scheiß denn so die gabeln brauche ich erst man doch nicht erst mal kommt irgendwie vor als wären hier mehr werter so das bett nacken brauchte einer hier ist eine kampfwaffe drin das ist auch mal nett die vor die metallblech metallblech nämlich gerne die gestohlen okay das brauchen wir nicht der liebe ich noch mit für mich ich glaube ich brauche noch eine wert auf die form die ich bin doch schon da karten spiel die medizin schaffte nur ein geschenk für dich schön ist er jetzt für keinen händler mehr scheiße hier war das große brauchen noch die kannst du aber auch ja prügelt euch jetzt komm 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 warum so ich muss einmal kurz das in mein zimmer bringt und dann jetzt ganz ja ich gehe auch schon jedoch schon nein ich die großschrift kommt schon so mein arbeitspensum geschafft das heißt jetzt erstmal schauen weil das kann man nicht so gut finden so das brauche ich mal ziehen war das naja gut so wer war das mit medizin mit dem bett lagen bett lagen kalt hier ist medizin marshal kalt was wollte jetzt das bett lagen kalt ist bleibt stehen so bett lagen so und dann hätte ich noch hier mit dem ja wir haben mit der medizin naja ok hofgang das per medizin wald was hast du denn da fächer nein fächers hier scheiße schwer zu holen so trainieren wir uns erstmal noch ein paar muschgeln kalt ist es nicht nein kalt ist es nicht scheiße ich komme zu den händlern da nicht an es ist nicht kalt und die was hast du denn da karten pack so bewegte ich und du nennst mich dich ein mann bewegt da komm ja bewegt durch weg haut ab nichts da haben wir einfach eiskalt nichts ja ja hop hop ich weiß ich weiß ich mich auch nein ich will deine quest so der klebstoff der hat und brecheisen das gefällt mir schon mal reichweite nicht der schuldigung karl nicht der rede wer zur abendfreie zeit das ist gut so klebeband könnte ich noch gebrauchen ich finde mir gerade so auf klebeband könnte man noch gut gebrauchen so pappmaché und tinte würde für so eine mauertrappe gut helfen wäre naja ich schau mal da draußen hier weil das sind einzelzellen holzlager das ist natürlich ganz was schickes aber wir haben ein wachtturm hier holzlager mit heft links warte mal das wären dann eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf da müsste ich doch ein tunnel sagen wir mal ich gehe hier durch die wand baue hier eine ne ich kann gerade sagen baue hier eine mauertrappe hin aber oder oder ich muss wirklich warte mal der zaun hier ist ist der äußerste wenn ich dafür sorge dass ich hier irgendwo diese äh das ding irgendwie bückeln kann oder so wäre es doch geil obwohl wenn ich nach rechts gehe dann hoch 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 dann sollte es auch machbar sein ja ich weiß 22 uhr ist warte mal dann brauchen wir meine gabeln ja ich weiß kartenpack zack kartenpack wie viele wollen denn karten spielen ich habe schon mal einen plan wie ich sagen wir mal ausbreche und ich fange auch heute schon an mit dem ausbrechen ja schön also schon mal vorab ein bisschen was zu schauen gut so so ich glaube nein warte ich nicht so zack zack du zack 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 so das soll erst mal reichen und das war es dann auch von mir und heute the escapist von tag 3 bis morgen